Hallo und herzlich willkommen zu So Geht. In diesem Video sind wir in der Digitalisierung von Unterricht. Und es geht wieder um die Lernplattform, das LMS Moodle, Version 3, 5, 6. Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie man denn das Glossar als Schüleraktivität nutzt. Und ganz bewusst als Schüleraktivität. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Abo da und gebt einen Daumen nach oben. Aber zum Video. Glossar als Schüleraktivität. Ich nutze hierzu wieder den Kurs, den ich in den letzten Videos ein bisschen aufgebaut habe. Die Playlist zu den ganzen Moodle Videos, falls schon einige geworden sind. Die packe ich mal oben rechts in die Information, falls ihr da nochmal schauen wollt. Und als erstes möchte ich was zu den Möglichkeiten der Schüleraktivität sagen. Und dann im zweiten Schritt natürlich ein netter Nebeneffekt. Das Verlinken dieser Einträge. Und die beiden Sachen so als Geht. Aber fangen wir erst mal mit der Schüleraktivität an. Um hier wieder so ein bisschen was einzustellen oder zu zeigen, was ich eingestellt habe. Geht ihr hier oben auf dem Zahnrad wieder auf Bearbeiten einstellen. Dass ich den Kurs ein bisschen umbenannt habe, damit er hier verlinkt ist. Hat einen Sinn. Machen wir gleich. Geht hier auf Bearbeiten des Glossars. Und in die Einstellung. Dann haben wir wieder allgemein, wie soll es heißen. Eine kleine Beschreibung dazu. Und ich hatte gewählt, oder standardmäßig ist gewählt, muss man ja nicht sagen. Dass diese Einträge ohne Prüfung eingetragen werden dürfen von Schülern. Das schalte ich jetzt mal um. Es soll, ne das schalte ich nicht um. Das ist schon richtig umgeschaltet. Es soll nicht auf VR sein. Auf nein. Immer bearbeitbar. Nein. Also das standardmäßig sind glaube ich 30 Minuten. Genau. Ja. Die kann jederzeit bearbeitet werden. Nein. Irgendwann will ich ja vielleicht oder. Es soll so eine Grenze für mich geben. Quasi. Weil ich es nachher dann freigeben kann. Und das ja zwischendurch nicht mehr bearbeitet wird, während ich da reinschaue. Also. Immer bearbeitbar. Nein. So. Mehrfach Einträge zum selben Thema. Sage ich jetzt mal Nein. Kann natürlich aber auch sinnvoll sein. Kommentare. Kann man auch ein oder ausschalten. Und automatisch verlinken mache ich die schon mal auf Ja. In dem zweiten Teil des Videos gehe ich ja darauf ein, wie man das einschalten kann. Das alleine reicht nicht. Ihr braucht euren Administrator immer noch. Okay. Vielleicht zu den Darstellungsformen noch. Hier oben. Das ist standardmäßig ein Wörterbuch. Diese Möglichkeiten habt ihr, ne? Also. Ganz grundsätzlich ist es ja so, dass man so ein Glossar als Nachschlagewerk sicherlich irgendwie, ja, aufbauen kann. Wo einfach nur ein Fachbegriff ist. Der wird dann verlinkt. Ich kann draufklicken. Kriegen wir neue, genauere Informationen dazu. Aber ich kann natürlich das ganz, ganz viel, vielfältig nutzen, ne? Vielleicht, weiß ich, Personenverzeichnis in Geschichte. Der eine macht was zu Napoleon, der andere macht was zu dem. Und so. Dann habe ich nachher irgendwie, wann ist der geboren? Und solche Sachen auch. Tolles Personenverzeichnis. Ganz klassisch auch häufig gestellte Fragen. Hier sehe ich das nämlich gerade. FAQs. Kann ich natürlich auch ein Glossar davon machen, ne? Also zur Bedienung einer Software, zu, keine Ahnung, wie entschuldige ich mich an einer Schule? Oder, oder, oder. Auch sowas lässt sich ja mit Moodle hier aufbauen. Eine Linksammlung ist natürlich auch möglich. Dass hier so ganz viele interessante Seiten zu einem Thema oder sowas, ne? Dass die mal gucken müssen, was sind vernünftige Seiten? Welche Seiten sollte man vielleicht nicht im Internet nutzen und nur die guten irgendwie hier sammeln? Oder auch, was ich schon oft auf Fortbildung gesehen habe, um genau zu anderen, aber ja zweimal, also so oft noch gar nicht. Dass das Glossar genutzt wird in Sprachen. Also dass da zum Beispiel ein englischer Begriff steht. Das hatte ich nämlich gesehen. Und wenn man draufklickt, kommt die deutsche Übersetzung. Und, ich teile doch noch einmal den Einträgen, man kann auch Audiodateien und sowas alles verlinken. Und dann kam war so eine kleine MP3, die die Lehrerin selbst eingesprochen hat. Und dann konnte man draufklicken und dann wurde gezeigt, wie man dieses Wort ausspricht. Auch eine schöne Sache. Also auch für Sprachen eine tolle Sache. Und hier kann man eben gucken, was man nimmt. Vollständig sieht das ein bisschen aus wie im Forum. Einmal mit oder ohne Autor. Das Wörterbuch ist der Standard. Ihr könnt auch eine klassische Liste. Wie gesagt, FAQs, die sind alle ein kleines bisschen anders aus. Schaut mal, wie ihr euer Glossar aussehen lassen wollt. Wie viele Einträge pro Seite es denn geben darf. Ob es das Alphabet, also da steht es da oben drüber, so A, B, C, D, E, F, G. Und ich kann immer draufklicken und wenn ich jetzt auf C klicke, kommt alles, was mit C anfängt. Sonst kann ich das auch irgendwie ausschalten. Link alle, dann werden wirklich alle wieder alphabetisch angezeigt und so weiter. Ad, von welchem Autor, wenn ihr dann solche Sachen habt. Druckfunktionen, könnt ihr hier alles ein- und ausschalten. Aktivitätenabschluss, da habe ich auch nochmal ein gezieltes Video zu gemacht. Hier oben rechts auch nochmal rein. Die müssen jetzt mindestens einen Eintrag erfüllt haben. Jetzt sind wir also bei der Schüleraktivität und das würde ich euch auch tatsächlich empfehlen. Glossare und auch Wikis dicht durch den Lehrer zu befüllen. Das ist wirklich ein Aufwand ohnegleichens. Gerade wenn ihr euch nicht Austausch über Schulen oder sowas macht, das ja jeder Lehrer für sich. Nein, Schüler sollen sowas machen. Also Schüler füllen ihr Glossar. Dann habt ihr auch ein bisschen so einen kooperativen Lernprozess. Da könnt ihr mindestens mal fördern. Vielleicht ein paar Leute zum selben Thema oder jeder hat ein einzelnes Thema, wie ihr das wollt. Oder mal zwei Leute pro Thema oder so. Dann müssen sie zwei oder drei vielleicht machen. Das ist immer ganz schön. Irgendwie noch Fachbegriffe, egal aus welchem Bereich sie kommen, mit eigenen Worten nochmal wiedergeben zu müssen. Das finde ich, so lerntheoretisch wie das Wort, das große Wort man nennen darf, finde ich das eine sehr schöne Sache. Okay, also nutzt die Schüler. Und wenn ihr 24 Einträge habt, aber ihr braucht 234.000 oder so, dann macht halt im nächsten Schuljahr, lasst diese 24 Einträge, die jetzt generiert wurden durch Schüler, lasst die stehen, lasst die nächste Klasse wieder in den nächsten 24 machen, in den nächsten Schuljahr wieder in den 24 und irgendwann habt ihr einen Glossar mit all dem, was ihr wollt. Ihr könnt ja auch, also nutzt Schülerleistung. Die machen tolle Sachen, das sollten wir viel mehr wertschätzen. So, ich weiß nicht mehr, ob ich etwas geändert habe, aber ich mache mal speichern. Ich hoffe, dass ich beim ganzen Reden jetzt nicht irgendwas falsch eingestellt habe. So, also der, wir haben jetzt ein Glossar und haben gesagt Schüler als Aktivität, also muss man mit den Schülern natürlich auch vorher klären, was erwartet man, mindestens so viele Zeichen vielleicht oder ein Bild dabei oder wie auch immer. Und jetzt habe ich tatsächlich hier in meinem Edge einen Schüler, ich aktualisier mal kurz die Seite nicht, dass er natürlich nicht disconnected wurde, nein, mein Max Mustermann, so sieht der Kurs ja für ihn aus. So, und wie gesagt, er hat schon den Kurs fast fertig, ihm fehlt nur noch die Abgabe, dafür mache ich ein eigenes Video und ihm fehlt hier noch, ja, das Glossar. Jetzt kann er hier reinklinken, wie gesagt, da sitzt die Schülersicht, da ist das, was ich gesagt habe, ne, ob das Add angezeigt werden soll, ob das Alphabet angezeichnet werden soll, ob alle angezeigt werden sollen. Könnt ihr alles ein- und ausschalten. Und der Schüler hat jetzt tatsächlich hier die Möglichkeit, den Eintrag zu generieren. Und vielleicht soll der junge Mann was zu Nullstellen machen. Habe als Beispiel da lineare Funktionen genommen hier in der Mathematik oder was auch immer. Und das ist das Wort, immer wenn dieses Wort hier auftaucht, das kann ich dann verlinken lassen. Und auch, ja, was immer hier in diesem, in der Definition steht, das wird angezeigt, ähm, äh, ja, in dem, in dem Fenster, was dann so ein bisschen aufbaut, oder wenn ich hier reinklicke. Also was machen wir mal zu Nullstellen? Äh, keine Ahnung. Ja, Claire, ups. Irgendwie sowas, ne? Also da kommt natürlich mehr als in die Erklärung der Nullstellen. Und ihr seht, hier dürft ihr auch Bilder, kleine Videos, Audio-Dateien. Äh, hier könnt ihr ein Video aufnehmen, kann Budel sogar. Links. Hier kann ganz, also alles, was ihr sonst auch habt, könnt ihr hier reinpacken. Das wird alles in so einen kleinen Fenster schick gemacht, ne? Also vielleicht hier eine Datei, äh, ein Bild, was so ein Grafen zeigt von Nullstellen sind. Wäre ja auch schön. Dann Alternativbegriffe. Ihr könnt hier auch immer draufklicken, wenn ihr nicht genau wisst. Ihr könnt hier eine, eine Reihe von Alternativbegriffen hinpacken. Also wenn es da, ich zur Notstelle fällt mir jetzt gerade nichts ein, aber keine Ahnung. Ne, da fällt mir einfach nichts ein. Aber vielleicht gibt es das. Hier kann auch noch ein Anhang sein, die ich zur Verfügung stelle in diesem Glossar. Autoverlinkung. Hier müsst ihr jetzt immer aufpassen. Da müsst ihr euren Schülern, ja, entweder sagen, oder irgendwie anders vereinbaren, wie so ein Glossar zu befüllen ist, was sie da alles machen sollen. Also, ne? Das kann man nicht einfach so machen. Dann muss es vielleicht eine kleine Anweisung geben. Da drin steht, vielleicht klicken sie immer, dass der Eintrag verlinkt werden soll. Klicken sie bitte immer, dass nur vollständige Worte verlinkt werden sollen. und Groß- und Kleinschreibung lassen wir weg, zum Beispiel. Das hier oben ist dann wichtig, wenn es verlinkt werden soll. Und das auch. Aber das müsst ihr irgendwie mit den Schülern vereinbaren, irgendwie besprechen, was die genau hier drin machen sollen. Das ist nicht so trivial, wie man das so denkt. So, Änderungen speichern. Jetzt hat er ja seinen Eintrag gemacht und hofft, dass ihr das toll findet. Jetzt springe ich wieder auf den Lehrer zurück. Wenn der jetzt in das Glossar schaut, sieht er, da oben sind Einträge zu prüfen. Das ist also nicht veröffentlicht. Ihr seht, hier ist kein Eintrag. Einträge zu prüfen. Dann seht ihr, er hat die Erklärung zu Nullstellen gemacht. Dieser Eintrag ist aktuell nicht sichtbar. Und ihr könnt ihn jetzt löschen. Nicht ganz nett. Ihr könnt ihn bearbeiten. Aufpassen, wenn ihr ihn bearbeitet, dann wird seine Aktivität nicht abgeschlossen. Aber natürlich könnt ihr sagen, das ist total toll, was du gemacht hast. Freigeben. So, jetzt ist es freigegeben. Jetzt gehe ich wieder zurück auf den Schüler. Ich mache hier mal ganz kurz. Ich springe noch einmal. Also einmal ins Gloss haben sie dir. Jetzt ist dieser Eintrag hier auch da. Ich gehe mal zurück zu dem Schüler. Und deren sein Kurs wieder reinhüpft. In deren sein Kurs wieder reinhüpft. Seht ihr jetzt auch? Aha. Er hat die Aktivität abgeschlossen. Er hat einen Eintrag erstellt. Der Lehrer hat ihn kontrolliert und als gut befunden. Dann erst ist er fertig. In allen anderen Fällen nicht. Also immer, wenn ihr sagt, nö, das muss nochmal optimiert werden oder wie auch immer, dann wird das hier nicht als aktiv. Also kann ich irgendwas machen und dann ist es sofort aktiv abgeschlossen. Nicht aktiv. Abgeschlossen. Das ist eine ganz schöne Sache. Und jetzt ist ja die Frage, wir wollen vielleicht auch das, was der Schüler ganz toll geleistet hat, überall in unserem Kurs natürlich nutzen. Wir wieder zurück auf den Lehrer. Es wird standardmäßig. Ich zeige euch das mal. Demartig da. Endlich gehen wir an den Kurs. Bearbeiten ist eingeschaltet. Ich mache jetzt einfach mal eine Aktivität. Text, wenn du die einfachste, die man so ausziehen kann. Und schreib hier mal, da braucht man keine Überschrift oder sowas machen. Nullstellen. Hier ist jetzt also irgendein Text, der sich um Nullstellen dreht. Ich ändere hier auch nichts. Vielleicht noch mal ganz kurz. Hier kann nichts, gibt es keine, kein Abschluss oder sowas. Dann seht ihr, Nullstellen steht hier, aber der Glossar-Eintrag ist nicht verlinkt, obwohl wir überall, wo wir es gerade gemacht, machen konnten, gesagt haben, bitte verlinkt das. Das liegt daran, dass man, was der Administrator erst grundsätzlich dieses Verlinken quasi in Moodle erlauben muss. Dann, wenn ihr jetzt dieses hier, Website-Administration sehen könnt, bei euch ganz unten, dann verfügt, über die nötigen Rechte. Wenn nicht, müsste er eine Administrator oder wie auch immer dafür verantwortlich ist, muss Bescheid sein, dass er das mal machen soll. Und zwar findet er das unter Plugins. Ihr könnt ja natürlich auch die Grundeinstellung für jedes Plugin hier bearbeiten, auch das Glossars natürlich. Und wenn wir hier ganz weit nach unten gehen, da sind die Filter. Und da gehen wir in die Übersicht. Dann sieht ihr eine ganze Menge Filter, die ihr einen ausschalten könnt. Und wenn wir so ein bisschen runtergehen, muss man schauen, wo es ist. Auto-Verlinkung zu Glossaren. Das ist deaktiviert. Da im Umstand. Dann hüpft es auch nach oben. Jetzt ist es an. Wo soll ich nicht weichern? Oder irgendwas drücken. Jetzt gehe ich wieder in meinen Kurs rein. Hier war ja die Struktur, die wir schon erstellt haben. Mathematik. Da liegt der Kurs drin. Und jetzt seht ihr, aha, ab jetzt wird das verlinkt. Also der Eintrag muss verlinkt sein. Und es muss erst mal global eingeladen, erlaubt sein, dass man verlinken darf. So, wenn jetzt irgendwie so was ist, das ist ja nur ein Text. Dann seht ihr, kommt so ein Fragezeichen. Wenn ich da draufklicke, kommt die Information zu Nullstellen. Und wenn jetzt hier ein Bild oder irgendwas drin wäre, wäre natürlich auch das Bild hier zu sehen. So könnt ihr schön das Glossar auch nutzen, um überall so Hilfestellungen zu geben. In jedem Text, den ihr irgendwo habt, würde jetzt, egal wo ich jetzt Nullstellen schreibe, würde die Information zu Nullstellen kommen. Und das gilt natürlich dann für alle Sachen. So könnt ihr das nochmal ganz schön, ja, dieses Verlinken finde ich irgendwie sehr angenehm und sehr toll. Das ist nochmal schön. Kann jeder nochmal so ein bisschen reinklicken, wenn er Fragen hat. Und das Zweite, was man verlinken kann, ist das komplette Glossar. Also deswegen habe ich hier die Texte ein bisschen geändert. Ich habe jetzt das Glossar, lineare Funktionen genannt. Und hier drüber, im Wiki, steht in der Beschreibung ein Wiki zum Thema lineare Funktionen. Das erkennt er, dass das genauso heißt. Und wenn ich jetzt hier auf lineare Funktionen klicke, das ist die Beschreibung des Wikis, dann springt er in mein Glossar. Das kann gewollt sein. Jetzt kann man auch sagen, nö, das ist irgendwie doof. Ist auch viel zu allgemein hier vielleicht. Dann könnt ihr hier auch auf das kleine Stiftsymbol klicken und jetzt vor Glossar einen Doppelpunkt schreiben oder irgendetwas. Und ich muss einfach die Seite neu laden. Dann seht ihr das mit, das Glossar nicht mehr verlinkt. Jetzt müsste ich tatsächlich, geht ins Glossar, Doppelpunkt, lineare Funktionen schreiben, also in irgendeiner Beschreibung, dann würde das auch verlinkt werden. Also ihr könnt nicht nur einzelne Passagen verlinken, sondern das komplette Glossar. Für dieses Video soll es aber auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe es hat euch gefallen und ihr schaut mal wieder rein.